Hast du schon mal etwas von der Fawn-Response gehört? Das psychologische Phänomen betrifft häufig Menschen, die ein traumatisches Erlebnis hinter sich haben. Betroffene ignorieren daraufhin ihre eigenen Bedürfnisse und versuchen, anderen zu gefallen oder zu helfen. Diese 10 Anzeichen könnten für eine Fawn-Response sprechen. 1. Du lächelst, obwohl dir nichts zum Lachen ist. 2. Du bist harmoniebedürftig und hast Angst vor Konfrontation. 3. Du hast oft Angst, dass andere böse auf dich sind. 4. Du fühlst dich unwohl, wenn du merkst, dass dich jemand nicht mag. 5. Du hast das Gefühl, dich immer rechtfertigen zu müssen. 6. Du entschuldigst dich oft für Dinge, obwohl du nichts dafür kannst. 7. Es fällt dir schwer, Entscheidungen für dich selbst zu treffen. 8. Du versuchst es immer, allen recht zu machen. 9. Du übernimmst Verantwortung für die Fehler anderer. 10. Du passt dich an, um nicht aufzufallen. 10. Ob eine Fawn-Response tatsächlich vorliegt, kann nur eine Therapeutin oder ein Therapeut beurteilen. Wenn du dich allerdings unwohl fühlst und die Gedanken deinen Alltag einschränken, solltest du dir dringend Hilfe suchen. 10. Du drives dir und um nicht auf die Schritteチャiggly. 10. Du bist sicher, становится erstmalig. 14. Du kannst du sagst, Design pourbiere dir.